Weißt du, was der Nebel ist? Nein. Er ist die Trauer des Meeres. Guck mal, was für eine tolle Eiche! Die Deckung hochhalten, ha? Ich treff dich sonst. Papa, warum muss ich denn lernen, mich zu schlagen? Warum ist er nicht wie andere Kinder? Wir sind unschlüssig, was wir machen sollen. Wenn wir diesen Brief jetzt jemandem zeigen, dann kommt vielleicht alles raus. Damit könnten wir Simon in Gefahr bringen. Ich werde heute Abend in ein Konzert gehen und will vielleicht jemand mitkommen. Ich würde gern. Du kannst ja nicht mal Mama singen hören. Hast du schon mal überlegt, ein Instrument zu nehmen? Da oben dudelt dieses Ding und zwar ohne Unterlass. Was ist verkehrt an meiner Musik? Wovor habt ihr so eine scheiße Angst? Er ist vielleicht in Gefahr. Wo ist der Brief? Inga hat ihn verbrannt. Wieso denn? Stell dir vor, sie hätten dich gefunden, Simon. Wir haben hier eine junge Frau. Sie wurde in Auschwitz gerettet. Bist du gekommen, um mir deinen Stammbaum zu erklären? Oder willst du mit mir schlafen? Du hast es gewusst, oder? Warum hast du nichts gesagt? Wir sind verdammt noch mal gut ohne dich klargekommen. Es geht hier um dich, Simon. Um das, was du willst. Du hast es gewusst, was du willst.